Ich glaube an sauberne Kämpfe, die denen der beste Gewässer sind. Der ist ja nicht das Problem hier. Cäsare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Der geht ja hier eh um die Ecke. Dementsprechend juckt das ja auch nicht. So. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater ein. Da oben steht der andere Kumpel. Haha, perfekt. Darum kümmere ich mich. Ihr könnt weiter. Ich hab schon. Ich auch nicht. Oh, da kommen dicke Wachen. Oh, oh, dicke Wachen. Gucken Sie mir was. Ihr nennt euch Römer? Nein, tun sie nicht. So, da vorne sind die nächsten. Die hat drei Stück. Moment mal, kann ich einfach nicht währenddessen hier was freischalten? Oh, praktisch. Oh, nicht praktisch. Die laufen dann nämlich weiter, während ich nichts machen kann. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Lass mich laufen. Spiel. Oh, so. Ähm. Da stehen zwei. So, da steht einer. Oh Gott, wie mach ich das denn jetzt? Oh, der zweite ist weggelaufen. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Nein. Der hat mich gesehen. Ich wusste nicht, dass der rumläuft. Ich dachte, der würde da einfach stehen bleiben. Aber wenn der rumläuft, ist es natürlich viel einfacher. Und ich dachte, der von oben vom Dach würde eventuell runterfallen und dann wäre ich eh aufgeflogen. Von daher musste ich mich irgendwie beeilen. Aber wie gesagt, ich habe eine Idee. Die eigentlich auch machbar sein sollte. Äh. Ja, da ist er. Ja, ich darf mich zu weit weg. Ich darf mich zu weit weg. Kommt der mit? Ja, super. Aber er war ein kleiner Heiler. So, 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 so. Stopp, 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 stopp. Den kriege ich so. Den kriege ich... Attentat. Auch so. Und den letzten kriege ich natürlich auch. Und damit wird das gegessen. Ich habe ein bisschen Blut am Umhang. Und generell... Nee, ist er weg. Okay, super. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Sind schon tot. Alles gut. Könnt weitergehen. Da ist auch schon das Lager. Das heißt, wir sind so weit mit den Wachen hier durch. Und können da jetzt in Ruhe reingehen. Was heißt in Ruhe? Mit den paar Mann hier da in Ruhe reingehen, wird glaube ich nix. Wirklich übelst die Party abgehen. Man sieht es ja schon, hier stehen ja schon ein paar Wachen rum. Assassinen können wir auch rufen. Aber nur einen. Der Rest ist ja noch auf Tour. So, Freunde. Lasst mich rein und lasst es bleiben. Sucht euch aus. Oh, da sind zwei große hier. Das gefällt mir noch nicht so. Voll der Grund. Tja, wir sind drinnen. So. Und jetzt gilt es Party zu machen. Ah, noch nicht ganz drinnen. Sehr atmosphärisch hier draußen auf jeden Fall. Fällt mir. Komm. Da wollen wir. Aha. Es öffnet sich alles, was wir wollen. So. Jetzt können wir euch aus dem Maul hauen. Wir sind drin. Ihr rechnet nicht mit uns. Trojanisch. Hup. Trojanisches Pferd hat wunderbar funktioniert. Wo müssen wir hin? Schau. Ja, ja, blablabla. Ihr guckt gleich doof. Ihr guckt gleich extremst doof. Ha, ha, ha. Ihr seid so dämlich. Ihr... Oh, ich sehe gerade, zweiter Assassine ist zurückgekommen. General Dalviano. Anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug. Gib mein Weib frei. Welch Anmassung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez vous? Glaubst du, ein Heer zu führen macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei. Ihr Wilden, lernt es nie. Ha, ha. Na, komm her. Oh. Falsch rumgelaufen. Ah, doch, Assassine. Ich glaub mich nicht mit den Großen hier alleine. Alter, das sind aber dicke. Okay. Da, ihr dürft ihn auch noch erschießen, wenn ihr wollt. Oh, sehr gut. Etio, ihr müsst bald Weib retten. Nehmt das Dach. Den Baron de Valois überwältigen und eliminieren. Die Mission in weniger als fünf Minuten enden. Oh Gott. Zeitdruck auch noch. Äh, wohin denn? Wahrscheinlich irgendwo hier hoch. Wird schon stimmen. Äh, ja, da hinten muss ich irgendwo hin. Und das in unter fünf Minuten. Äh, das wird ein Spaß. Äh, da oben muss ich hin. Am besten irgendwie jetzt hier top secret. Sag ich ja. Okay, die beiden sind ausgeschaltet. Äh, da unten steht ein Kollege. Was soll ich denn hier machen? Für alle Gegner ausschalten. Das war doch, oder? Steht hier die Mission nochmal? Nö. Natürlich nicht. Doch, da stand sie. Ha, gesehen. Trololol, trolololol. Die Festung und über die Dächer durchqueren. Moment, soll ich mal gerade gucken, ob auf der Karte irgendwie was steht, von wegen, wo ich hin muss? Ne, das ist genau das Gebiet. Hm. Ähm, okay. Aber wo finde ich denn den scheiß Baron? Die sind ja alle nur rot hier und nicht gold. Oh, da steht einer. Huch, ich wollte gar nicht pfeifen. Ich wollte ihn da töten. Hallo. So. Jetzt höre ich über ein Pferd da unten. Das wollte ich doch gar nicht. Lasst meine Männer in Ruhe. Und sag mir lieber, wo der scheiß Baron ist. Ist doch nicht. Ach, da hinten. Ah. Da an dem grünen, wo sich alle tummeln. Ist der da hinten, oder was? Stopp, ich muss da hoch. Los, hoch. Da hinten tummeln sich Gegner. Ich vermute gerade, dass der sich da rumtreibt. Ich hoffe, man... Minor Armbrust. Ja, komm. Stirb. Hm, funktioniert. Ich mag diese Armbrust. So, wo ist jetzt mein Kollege? Äh, wo ist jetzt der Kollege? So. Attentat. Aus die Maus. Hep. Ich auch noch. Zwei von vier. Ach, fuck. Die ärgern mich natürlich hier wieder. Ja, Assassine, mach was. Ja, der kriegt die immer direkt ausgeschaltet. Ich finde das unfair. Vor allem ist der Baum hier übelst im Weg. Aua. Stirb. So, wo muss ich jetzt hin? Das Tor öffnen. Ah, okay, alles klar. Fünf Minuten ist, glaube ich, ein bisschen eng jetzt. Aber ich bin schon weiter als vorher. Das ist ja auch mal eine Leistung. Hep. So, ich gehe jetzt hin. Irgendwo hier. Ah, da oben ist er doch. Süß. Den Baron unentdeckt eliminieren. Das schaffe ich. Ich fange einfach... Kann er nicht mal die Maul hier langlaufen? Nein, kann er nicht. Ich fange einfach mal hier an. Schneller, schneller, Merder! Verdammt! Er kommt davon! Was war das gerade, bitte? Kann mir das mal einer erklären, was das gerade für ein Mover? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich laufe da lang, bugge erstmal durch die Hecke und dann das? What the fuck? Das muss ich nicht verstehen. Ich wollte ihn da einfach nur unentdeckt ausschalten. Den wollte ich gar nicht. So. Jetzt muss ich erstmal gerade einen Plan hier haben. Gegner, Gegner, Gegner. Ich muss da ja irgendwie rein, ohne gesehen... Na, jetzt geht er da hinten am besten. Schon gefunden. Lützt mich runter. So, der muss weg. Oh, fuck! So. Ihr seht, der Typ ist ja weg da. Deswegen kann ich da jetzt einfach hoch. Fuck it! Ich muss da hoch. So, jetzt beeile dich, sonst sieht der andere Hei nämlich. Ich nehme keinen Bock drauf. Hoch da. Hoch da. So. Na? Wie geht's? Das habe ich gesehen. Was ist denn nur los? Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient. Nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Tja, das war's wohl mit dir. Pente Silea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Kann ich bitte aus dieser hässlichen Rüstung raus? Die ist unfassbar hässlich. Na, welche Sequenz habe ich beendet? Sequenz 6. Yay! Schnell noch plündern, schnell noch plündern. Komm, 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 komm. Ah! Ich glaube, wir haben es noch geschafft. Erfolge, vergesst Paris. Das ist doch schön. Mal wieder ein Achievement für uns. Ich alte Achievement-Hure. Das freut mich jetzt wieder. Im Kampf hier drücken. Ja, ja, komm. Das kennt man ja schon. Auch wenn ich es nie mache, weil ich es irgendwie für unnötig empfinde. Sequenz 7. Der Schlüssel zur Burg. Wo sind wir denn hier wieder? Sieht gut aus. Ach, und wir endlich wieder ohne diese komische Rüstung. Roms Einkommen ist gestiegen. Wir können jetzt erstmal nach unten zur Bank gehen direkt. Moment, da ist ein... Da ist ein... Ein Zielsymbol. Ich will da hin, das ist nicht weit weg. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Und zwar haben wir hier den Arsocene Turum. Den will ich aber gar nicht. Ein gebrochenes Herz habe ich auch nicht hin. Da unten will ich hin. Zu Erinnerungsanfang. Ich brauche dafür aber einen Tunnel. Warum ich so rade, weiß ich auch nicht. Wo habe ich denn einen Tunnel? Tunnel, Tunnel, Tunnel. Da habe ich einen Tunnel. Äh, sonst nirgendwo einen. Da habe ich einen Tunnel. Äh, nirgendwo einen Tunnel. Ich gehe zu dem. Können wir mal direkt freischalten. Und wir gehen zur Bank. Weil die haben Geld für mich. Patz. Hi. Nein. Arbeit eines ehrlichen Wandergesellen. Ja, ja. Ist auch so ein Wandergeselle. Ich brauche Dings. Munition für meine Armbrust. Armbrust Bolzen. Oh Gott. Teuer. Aber wir haben das Geld. Zack. Was verkauft der mir hier eigentlich? Geschäftsaufträge. Äh, was muss ich ihm bringen? Diamanten, Münzen. Davon habe ich alles nichts. Äh, wir gucken mal direkt. Erstmal hier alles reparieren lassen. Für das bisschen Florin. Rüstung. Was haben wir denn? Oh Gott. Alter, es ist viel. Plattenschultern plus eins. Rüstung plus zwei. Ich nehme mal hier die Rüstung mit. 9000 Florin. Übertreibt es halt direkt. Äh, für 5000 gibt es noch die alten Sachen. Ich glaube, das sparen wir uns erstmal, bis wir wieder Geld haben fürs Neue. Waffen. Können wir auch mal gerade reingucken. Ja, wie gesagt, Geld haben wir jetzt nicht mehr viel. Aber irgendwas Schönes wird doch schon dabei sein, oder nicht? Hammer will ich nicht. Nee, komm, lassen wir. Neue Rüstung. Ah, wunderschön. Mehr Leben, mehr Rüstung. So muss das sein. Vielleicht mal hier noch das Geld abheben, das restliche. Geld abheben. Und dann zum Brunnen, der sich irgendwo da hinten befindet. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Ja, wahrscheinlich hier wieder lang. Zack. Und dann bis zum Brunnen. Okay. Musik. Musik. Musik.